Ah, wie der Windstoß. Und das fegt mich von meinen Füßen. Ich wusste gar nicht, dass es Dodos hergibt. Ist ja geil. Nehmen wir nur Salas, jetzt auch noch Dodos. Jetzt lebt gar keiner mehr. Ich gebe jetzt noch den einen. Ja doch, der lebt noch. Gut, also wir haben es doch geschafft. So, erstmal alles nachladen in Ruhe. Insbesondere die Waffe. Ah, das könnte doch Muni sein. Jo, war Muni. Und sonst sehe ich hier nichts mehr. Und ich will da hinten auch nicht hin. Hallo. Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Polis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation. Kontaktiere Polis. Und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Und was ist mit dir? Du sendest. Du atmest. Kriege ich vielleicht eine Intensilien? Nein? Schade. Ah, war seine. Okay. Ja, hier runter kann man. Ich werde so still. Ich werde ruhig. Wo ist denn eure Funkstation? Ah, Überraschung. Hier auch? Nee. Aber die Funkstation muss ja hier sein, oder? Der wird mich doch nicht sagen, äh, geh 50 Kilometer weit nach da. Denn dort ist unsere Funkstation. Die muss... Jo, dann ist sie wahrscheinlich dort. Okay. Folgen wir mal ganz linear das Spiel. Und wir gehen jetzt einfach mal danach, dass wir doch das hier nehmen müssen. Oder hier entlang gehen müssen. Dodos. Widerliche Viecher. Wie soll denn der Part heißen? Angriff der Dodo-Krieger, oder was? Oh, ich dachte ich kann das jetzt nehmen hier. Ich dachte ich könnte jetzt mal der Drasin erfahren. Offenbar nicht. Und mir geht auch langsam die Hauptmunition aus. Das ist ein Nachteil, wenn man nicht gegen Truppen spielt. Das heißt die Hauptmunition geht aus und man hat nichts mehr zu schießen. Das einzige was mir dann bleibt, ist die Anti-Nosalis-Waffe. Die wirkt aber auch nur, wenn sie aufgeladen ist. Ich höre irgendwas. Oh man, hier sind ganz schön... Toll. Machen Geräusche und Quick-Safe. Jetzt fühle ich mich sehr sicher. Ja. Ja. Alle. Ihhh... Ihhh... Da frisst etwas. Kann ich sie überraschen? Ich hoffe, dass ich die überraschen kann. Da war was. Da ist was. Ich hab's aufgescheucht. Es werden 50 Millionen davon her nicht angreifen. Was zur Menge ist. Boah, ist er schnell. Neue Gegner hat oder was? Es ent... Alter, was sind das denn? Ah, ah, ah. Nimm doch das Kampfmesser. Du Idiot. Wirf deine Granate. Boah. Alter, du shit. Alter, beknacktes Arschloch. Du Feb... Ah. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in vulgäre Flüche ausbruch gerade. Alter, du bekifftes, verficktes Arschloch. Jetzt ist doch auch Waffe, Mann. Alter Schwede. Da taucht das Ding direkt vor meiner Nase auf und sprengt mich an. Ah. Es sind natürlich noch ein paar unterwegs. Die mich immer noch erschrecken können. Oh, das sieht gut aus. Garmdär. Ist das alles, was ihr habt? Ist das alles, was ihr habt? Gut, also ihr könnt mich anfallen, aber dann kriegt ihr tot. Zwei hängen mit Anschlag, cool. Ich kiffe sie nur noch mit Pistole. Die hat anscheinend Durchschlagskraft bei denen. Die kommen auch noch von unten, diese... diese Kiffer. Alter, ein Meter Fortschritte und die kommen an. Und die machen auch nicht die allzu lautesten Geräusche, also von daher... Wollen wir mal sicher gehen. Nicht, dass er hinterher noch aufsteht und sagt... Nö, er hat mich ja nicht gekillt. Ach, das ist ja noch genug. Was ist das für eine Waffe? Ähm, welche Munition nutzt die eigentlich? Die Kugel-Munition. Muss die aufgeladen werden? Oh ja. Was ist das? Das ist eine Druckluftkanone. Oh, cool. Die nutze ich mal anstatt die, äh... Anstatt das da. Einfach mal so zum Spaß, weil das könnte... Ich weiß nicht, ob das hilft gegen die. Bücher, cool. Bücher gab es ja lange nicht mehr. Vielleicht ist das eine Waffe... Eine Schlüsselwaffe. Ich muss auf den Kompass gucken. Ja, ich bin richtig. Hier wurden eine Menge Patronen verschossen. Die haben eine ganze Station ausgerottet. Jetzt bin ich aber ein bisschen sauer. Gefällt mir denn überhaupt nicht. Hier waren Shops, Mann. Oh. Toll, jetzt habe ich auch noch ein Zeitlimit. Hallo. Also, anfangs geht da Luft raus. Oh, da ist schon... Aua. Ein Schuss an Treffer, wollte ich sagen. Treff... Treffer? Ja, Treffer. Zweimal. Hallo, ich bin hier am Nachladen. So, und jetzt darfst du mal gerne sterben. Danke. Ich sehe euch nicht. Genau gesehen. Das Problem ist, die rennen dann weg, tauchen dann irgendwo wieder auf, nämlich hier. Bevorzugt jedenfalls. Bevorzugt jedenfalls. Ich muss auf die Zeit achten. Ich muss auf die Zeit achten. Ich muss auf jeden Fall in diese Richtung hier. Ja. Ja. Ah, heiß! Er hat ein Männchen gemacht, habt ihr es gesehen? Aber schon ganz schön süß von den Dingern. Was pumpen. Ich muss nachladen. Muss nachladen. So, und jetzt hier? Alles klar. Nichts. Das ist gut.